Wir blicken hier mal auf den vierten Lauf und im vierten Lauf, da rufe ich auf für die Gäste aus Wittstock mit der weißen Wammel Reddedels und auf der gelben Position Steven Mauer, Start Nummer 16 und dann für die Nordsterne am Band Tobi Krohner mit der Start Nummer 2 und Richard Geyer, Start Nummer 5. Das Tor bitte wieder schließen, also richtig schließen hier das Tor am Start. Aus der inneren Bahn mit dem roten Helm die Start Nummer 2, Tobias Krohner auf der zweiten Bahn mit dem gelben Helm, die 16 Stiefen Mauer, dritte Bahn mit dem blauen Helm für die Nordsterne, die 5 Richard Geyer. Und außerdem in der weißen Wamm soll sie reden, der nirgends, ruhig und noch, dass sie die Nordsterne haben. Jetzt geschlossen, Liga Geyer, Versuch, Anschluss. Liga Geyer, Versuch. Wo ist, wie hat, dass korona Gorn auf die Bahn zaubert? Liga Geyer, Versuch, Anschluss. Liga Geyer, Versuch, Anschluss. Ich habe die zweite und bin in der Position sicher. Der Sieg von Tobias Koller. Der Sieg von Tobias Koller.